Was wäre, wenn wir dir sagen, dass es eine Methode gibt, wo du doppelt so schnell besser wirst als andere Gitarristen, wo du doppelt so schnell besser Gitarre spielen lernen kannst und du zweitens deinen Fortschritt garantiert auch messen kannst und dadurch drittens im besten Fall wesentlich motivierter wirst, weil du siehst, dass du Fortschritt machst. Und das alles ohne, dass du mehr üben musst, ohne dass du mehr Zeit zum Gitarreüben oder Spielen investieren musst und auch ohne, dass du irgendwelche neuen Techniken lernen musst. Alles, was du dafür benötigst, ist entweder, und ich mache es gerade selber übrigens damit, ein Smartphone, das sollte eigentlich jeder von uns heutzutage haben, und oder idealerweise ein Audio-Interface, zum Beispiel hier von Focusrite, das Scarlett, gibt es aber auch noch Solo, das ist noch kleiner, gibt es um die 100, 150 Euro, kostet tatsächlich nicht so viel. Und zwar, die RDS-Methode heißt einfach R, recorde, D, dich und S selber. Das heißt, recorde dich selber. Du kennst es vielleicht von Leuten, die ein Tagebuch schreiben, ist heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so Mode, wie es damals vielleicht Mode war, aber vielleicht hast du selber auch mal eins geschrieben. Und jetzt lass uns mal überlegen, warum schreibt man denn eigentlich ein Tagebuch? Also meiner Meinung nach, schreibt man ein Tagebuch, klar, man möchte einmal den Tag runterschreiben und schreibt aber grundsätzlich deswegen, weil man erstens ausschreibt, was war gut, was war schlecht. Das heißt, man möchte sich selbst reflektieren, zurückblickend, auch dann später mal nachschauen können, hey, wie war es eigentlich vor einem Jahr, was habe ich da gemacht, was habe ich da erlebt, wie war ich da noch als Mensch, habe ich Fortschritt gemacht, habe ich mein Leben verbessert. Also sprich, man möchte seinen Fortschritt einfach aufnehmen, festhalten, man möchte sich selbst reflektieren, was im Leben gut, was schlecht war, was man verbessern kann und man möchte sein Leben verbessern. Und genau das können wir uns als Gitarristen auch zunutze machen, indem wir uns einfach eine Routine einrichten, wo wir uns zwei, drei, vier Mal im Monat, meinetwegen jede Woche oder alle zwei Wochen, einfach mal aufnehmen, sozusagen ein kleines Gitarrentagebuch machen, diese Aufnahme speicherst du dir einfach gut in einem Orten ab, am besten dann mit dem Datum logischerweise von dem Tag, wo du es aufgenommen hast. Kannst du gerne zuschreiben, zum Beispiel Jam in E-Moll oder, keine Ahnung, welchen Song, wenn du einen Song gespielt hast, ja dann den Songnamen und dann auf jeden Fall hinterher immer das Datum, dass du garantiert weißt, von wann diese Aufnahme war. Und das sammelst du einfach mal für zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate und spätestens nach sechs Monaten, ja, dann hörst du dir mal die Aufnahme an von vor sechs Monaten und mal die Aufnahme von quasi jetzt, also sechs Monate in der Zukunft und du wirst sehen, in der Regel, ja, insbesondere wenn du nach einem ordentlichen Plan Gitarre spielen lernst, zum Beispiel jetzt mit einem Kurs von uns, von Gitar Masterplan, mit dem Rockenmittel Basskurs zum Beispiel, wenn du wirklich einen strukturierten Plan hast, wo du Step by Step auch besser wirst und deine Übungen verbesserst und so weiter, dann wirst du in der Regel, ja, sehen, dass du immensen Foto gemacht hast, insbesondere zum Beispiel, wenn du einen Song lernst und nach sechs Monaten spielst du diesen Song nochmal, da wirst du sehen, dein Rhythmus ist zum Beispiel tighter geworden oder du hast eine Improvisation gespielt, wo du genau hinhören kannst, dein Phrasing, also dein Vibrator, Bending und so weiter und so fort ist besser, sauberer geworden, klingt einfach professioneller und das ist eine immens wichtige und total einfache Methode, denn wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst, du siehst es und du weißt dasselbe ja, dass du eben wenig Unterschied siehst, aber wenn du mal ein Foto heute machst und du machst mal ein Foto nach sechs Monaten oder zwölf Monaten, dann wirst du schon eher einen Unterschied sehen und genau so ist es auch beim Gitarre spielen lernen, oftmals hören wir gar nicht den Unterschied und merken den auch gar nicht, weil wir einfach immer mitten im Geschehen sind und da noch einige Tipps, wie du das Ganze umsetzen kannst und auf was du achten solltest. Also erstens, es ist nicht unbedingt notwendig, dass du jetzt heute dasselbe spielst wie dann in sechs Monaten, wobei das natürlich ungemein hilft, weil dann hast du tatsächlich einen 1 zu 1 Vergleich. Bei Improvisationen zum Beispiel ist das ja sowieso nicht möglich, weil du kannst dich heute dasselbe improvisieren wie von vor sechs Monaten, aber bei Improvisationen hörst du natürlich dein Phrasing ist besser geworden, deine Rhythmik, deine Phrasen und so weiter und so fort. Gut ist es zum Beispiel auch immer, wenn du einfach heute einen Riff anspielst oder einen Song und du nimmst den dann auch wieder alle paar Monate, spielst du selbe Riff ein und denselben Song. Wir empfehlen dir da auf jeden Fall mal eine Improvisation zu spielen und oder dann zum Beispiel noch einen Riff, ein Solo oder irgendeinen Song, also irgendwas etwas Festgegebeneres, wo du tatsächlich einen 1 zu 1 Vergleich hast. Dann als Tipp Nummer 2. Hör dir bitte die Aufnahmen nicht nach einer Woche an, also vergleich eine Woche mit einer Woche oder selbst 14 Tage oder selbst einen Monat. Wenn du wirst in einem Monat und jetzt mal ganz ehrlich, ja beim Gitarre spielen lernen, wirst du zwar einen Fortschritt erkennen in der einen oder anderen Sache, aber je nachdem, wo du gerade bist, wird er nicht so signifikant sein. Wenn du E-Gitarrenanfänger bist, dann wird der in der Regel eigentlich wesentlich größer sein, als wenn du schon etwas fortgeschrittener bist. Aber so die Faustregel ist die, lass die Aufnahmen einfach erstmal dort liegen und nimm dich jede Woche oder alle zwei Wochen auf. Alle zwei Wochen reicht auch schon vollkommen aus. Selbst monatlich würde ausreichen, aber ich würde nicht viel länger als einen Monat warten. Und sammle erstmal Aufnahmen über mindestens zwei bis drei Monate und erst so nach zwei, drei Monaten, dann kannst du mal rückblickend anhören, wie das war. Und der Grund ist einfach der, warum mir das empfehlen ist, weil wenn du jetzt eine Aufnahme machst und in 30 Tagen wieder und du hörst dir die Aufnahme von 30 Tagen an und die von vor 30 Tagen und du merkst wenig Unterschied, dann kann dich das natürlich auch frustrieren und das Ganze negativ beeinflussen, weil du irgendwie denkst, ich habe gar nicht so viel Fortschritt gemacht. Aber es ist ganz normal, dass man in 30 Tagen jetzt nicht so krassen Fortschritt macht, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Deswegen höre dir die ganzen Aufnahmen lieber erst nach drei Monaten auf. Und der nächste Tipp ist der ist, dass du wirklich mal diese Aufnahmen anhören solltest. Das heißt, nicht nur einfach aufnehmen und weg damit, sondern auch wenn du dich heute aufnimmst, dann höre mal ganz genau einfach diese Improvisation, dieses Riff, diesen Song an und höre mal wirklich auf den Spiel. Gitarre legst du weg. Gehe am besten mit den Ohren her an, die Lautsprecher oder setze die Kopfhörer auf und höre mal wirklich ganz genau auf dein Spiel, was gut ist, was schlecht ist, was du verbessern kannst. Das ist dann nämlich der Punkt Selbstreflektion. Das heißt, du sollst diese Aufnahmen schon auch noch genauer anhören, damit du wirklich siehst, was du besser machen kannst. Weil sonst geht ja natürlich auch dieser Benefit aus dem ganzen Flöten. So, in der nächste Punkt, wo jetzt wahrscheinlich viele die Frage stellen, ja, aber wie setzt sich das technisch um? Also, ich habe ja schon mal gesagt, du brauchst nichts anderes als ein Smartphone, was eigentlich jeder von uns heutzutage haben sollte. Und die Video- bzw. Audioqualität ist auch relativ gut. Ich nütze gerade zum Beispiel selber eine App, die nennt sich AVR. Wenn du mal, zumindest, also, ich weiß nicht, ob es die für Android gibt, aber wahrscheinlich schon. Sieht dann im Endeffekt so aus. Hat man ein Mikrofon, klickst du einfach auf den großen roten Knopf, ja, ist der Record-Knopf, kennst du vielleicht noch, wenn du etwas älter bist, vom Kassettenaufnehmen oder so. Auf jeden Fall ist diese App auch kostenlos. Gibt auch eine kostenpflichtige, die brauchst du aber nicht. Kostenlos reicht. Und die legst du einfach vor den Amp, also nicht direkt davor, sonst hast du natürlich etwas zu viel Volume, je nachdem, also vielleicht ein, zwei Meter weglegen. Und dann spielst du einfach am besten so, dass man eine Gitarre hört und auch noch das, was aus den Lautsprechern herauskommt, also der Jam-Track oder der Song oder Backing-Track, was auch immer. Und spielst es einfach, nimmst es mit dem Handy auf, du kannst ja mal testen, ob man alles hört. Man soll dann natürlich alles hören, im Idealfall logischerweise. Und dann speichelst du dir diese Aufnahme einfach auf dein PC oder auf dein Handy ab, auf jeden Fall so, dass das Datum mit dabei ist und dass du sie hinterher anhören kannst. Die Soundqualität muss hier nicht die beste sein. Wie gesagt, man sollte dich und auch den Backing-Track hören. Oder allerdings, was idealerweise die bessere Variante ist, weil du dort einfach noch eine bessere Soundqualität hast und deine Gitarre schon besser hörst, das wäre dann eben die Variante mit einem Audi-Interface. Das ist zum Beispiel jetzt hier das Focusrite Scarlett. Und das bekommt du schon für 100, 150 Euro. Du nimmst deine Gitarre, stöpst es das hier ein. Das verbindest du per USB einfach mit deinem Computer. Ich will jetzt nicht weiter auf die technischen Dinge drauf eingehen. Da haben wir auch eine Lektion. Zwei Teile übrigens auf unserem YouTube-Kanal. Kannst du mal nach Audi-Interface suchen. Das wiederum verbindest du einfach mit einer Digital Audio Workstation, DAW genannt, DAW. Und dort kannst du deine Gitarre aufnehmen. Wenn du jetzt aber sagst, das ist jetzt zu viel, dann nimm einfach dein Smartphone, weil das, was wir nicht möchten, ist, dass die Leute sich vor der Technik oder dass die Technik, die jetzt ein Stein im Wege ist. Deswegen nimm ein bisschen einfach dein Smartphone oder wenn du eh schon ein Auto-Interface hast und dich damit beschäftigen möchtest, dann nimm auf jeden Fall logischerweise das Auto-Interface, damit du dich besser hören kannst und auch besser alles einschätzen kannst. Wenn du diese Tipps beherzigst und das Ganze mal über 12 Monate machst, über 24 Monate, dann wirst du feststellen, dass du wesentlich mehr Fortschritt machen kannst oder gemacht hast, im besten Fall, als du dir jemals hättest erträumen kannst. Und wenn du E-Gitarranfänger bist und du willst so richtig Fortschritt machen, auch noch auf Seiten der Übungen und wie du strukturiert Gitarre spielen kannst, von der Pike an, dann sieh dir auch den Link unten in der Videobeschreibung an. Dort kommst du zu unserer kostenlosen 10-teiligen Trainings-Videoserie. Dort geht's los in der Lektion 1 mit einem ganz, ganz simplen Riff, was du garantiert schon in 5 oder 10 Minuten spielen kannst, selbst wenn du noch keine Gitarre in der Hand hattest, denn so macht das Ganze auch Spaß und wir machen das dann Step by Step etwas schwieriger, dass du auch Fortschritt machst und zeigen dir alles, was du als Gitarrenanfänger wissen musst, um deine Ziele zu erreichen und besser Gitarre spielen zu können. Bis zu einer nächsten Lektion. Rock on!